Was für eine Überraschung im großen Finale von Germany's Next Topmodel. Heidi Klum sucht heute Abend nicht nur einen Gewinner oder eine Gewinnerin der 19. Staffel, sondern plötzlich macht Armin Rausch-Greß-Zag eine süße Liebeserklärung. Mein absolutes Highlight ist Greß, schwärmt der Hottie. Sichtlich nervös stellt er ihr schließlich die besondere Frage. Wir sind ein richtig gutes Team geworden, Greß. Ich wollte dich fragen, willst du mit mir zusammen sein? Greß fällt Armin in die Arme und haucht, oh mein Gott, du bist so süß. Dann folgt ein romantischer Kuss. Und damit ist das erste GNT-M-Pärchen der Staffel geboren. Heidi hatte die Funken zwischen ihren Schützlingen bereits kommen sehen. Bei den Proben konnte man förmlich spüren, wie die Blicke sich verschlangen. Als Armin einige Absagen für Jobs erhielt, war es Greß, die ihn unterstützte und ermutigte, weiterzumachen. Das war der Moment, in dem zwischen ihnen etwas Besonderes entstand. Dass sich nun eine Romanze zwischen Armin und Greß anbahnt, dürfte viele Fans überraschen. Schließlich hatte Armin zu Beginn der Staffel intensiv mit Jana Wetzel geflirtet. Bereits in den ersten Folgen tauschten sie Komplimente über ihre Outfits aus und waren dabei ziemlich flirty. Im Einzelinterview gab der 27-Jährige zu. Mit Jana habe ich definitiv eine starke Connection, ich würde ihr eine 8 von 10 geben. Bis zum nächsten Mal.